warum sagt bloß ich habe ich bin so ein held ich bin so ein held ich wollte keine holzruckplatte nämlich wollte eine halbe stufe oder wie die heißen nehmen nein warte ach nee das ging so das ging so so und dann so 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 nie warte so ging holzwein das hier noch mal ach nee das war nur so genau so war das so genau das mit durch ich überlege gerade ob ich vielleicht ein bisschen mit holz spielen soll ob ich eine andere farbe nehmen damit das nicht so trist wirkt stellt sich nur die frage was für ein holz passt zu akazienholz ich habe eichenholz ich habe schwarz ich glaube wenn es ich würde eigentlich mal was helles probieren wo waren denn hier die hell oder habe ich noch platz ja wo waren denn hier die hellen bäumchen die 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 gott wie hießen die denn die 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 weiß nicht mehr wie die weißen bäume heißen oh mein gott ist das peinlich bürken genau bürken wo sind denn die bürken wo sind die bürken das fährt hat es immer noch nicht raus geschafft entschuldigung das war nur für personen ab 18 jahren geeignet ich frage nicht was dort gerade abgelaufen ist da sind wirken ja genau das ist das meine ich mit der tastatur die ist die hat so so ein bisschen dies ziel dies fast wie so eine frau die ihre tage hat wenn sie ihre tage habt dann dann will sie nicht ganz dann oh mein gott ist wirklich auch einfach mal stehen ja ja dann wollen die tasten nicht so ganz funktionieren und ich muss ein wenig gewalt anwenden damit sie wenigstens ein paar schritte tut damit sie wenigstens ein paar weiter schreibt buchstaben tippt wie auch immer und dann hat sie mal wieder ihre momente wo alles gut ist alles friede freude eigerkuchen ist wo ich machen kann was ich will ohne dass sie herum meckert und genau deswegen werde ich sagen ich dann ein tastatur noch nicht habe auch noch nicht mit 2033 neu aufnehmen und auch nicht der anigma aufnehmen einfach weil das das momentisch was man das geräusch gehört hat einfach weil das zu viel jetzt einfach mal die pause gemeint hast du nicht möchte und ist einfach weil es mich so frustrieren würde wenn ich dann einfach mal mittendrin stehen bleiben weil man tastatur keine lust hat und es hat mich schon immer hat mich dann schon bei battlefield frustriert ach komm schon tastatur du kannst mir das doch nicht antun ich hatte schon so schlechte tage kannst du mir nicht noch mehr steine in den weg legen ich habe schon felsbrocken die ich zu überwinden habe komm schon komm schon streng dich an streng dich an hi streng dich an ich bespring dich du komm komm bis nach hause schaffst du es noch kommen komm schon komm schon ja verdammt ja und genauso viel glück kann ein mensch haben genauso viel glück kann ein mensch haben also falls ihr euch wundern solltet wenn demnächst mal kein metro kommen sollte obwohl die tastatur eigentlich diese woche hoffentlich ankommen sollte dann ja solltet ihr bescheid wissen das ist genau mit dem tastatur problem zusammenhängt oh gott wenn jetzt ein körper kommt wenn ich wer ich bleibe direkt vor dem haus wieder stehen wir dass das wäre wie das schicksal dass wir sowas von ironie des schicksals ha in your face in your face in your face ach genau am ist jetzt kann ich das gar nicht austesten aber kann ich dann wenigstens schlafen gehen ich werde ich kann nicht schlafen gehen weil der damals das nervi ja wieso gibt es hier keine bomben oder sowas also so granaten das wäre total ernsthaft ich bin so ein genie ich bin so ein genie ich bin sowas von ein genie gut dann tue ich erstmal das tue ich da rein glas tue ich da rein ich glaube da wollte ich schon anfangen die feder zu machen aber dann habe ich doch gelassen aber naja solange es nacht ist kann ich ja geh weg niemand will ich haben dann mache ich mal die decke zu wow es kommt wieder musik wunderschön ich hätte auch schon überlegt mir vielleicht so eine playlist zu machen aber ich habe echt keine ahnung welche songs ich dann verwenden dürfte und welche nicht am ende vermutlich 1000 tracks von den alchemisten sein aber das wäre nicht immer stimmungsgebunden und ich traue mich nicht lizenzierte musik zu verwenden aus angst dass die videos dann gesperrt werden so da habe ich dann doch noch ein bisschen respekt obwohl ich es eigentlich voll gerne so vor oder so mit der grund laufen lassen wollen würde aber das wäre auch ein bisschen effektiv denn dann würde ich vermutlich die meiste zeit damit verbringen zu singen anstelle irgendwie etwas zu sagen und ich bin mir nicht sicher ob ob ich das auch vernünftig unterhalten würde oh ja dass das war sehr schlau von mir gemacht das komm schon yes i am such a genius genus a genius so ja come on come on come on zack und zack und jetzt muss ich hier noch einmal sand hinhauen damit ich auch noch das hier zu machen kann so ist zwar eine relativ hohe decke aber das passt schon ist halt so ein bisschen altbauchstil ne damit kann man es wieder auch ausreden zack und zack und zack so 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 und dann können wir das hier wieder auch dahintun so 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 und so so und so und so und wenn das das da ja nein na komm schon ja wir haben keine kz in holz mehr Ja, du kannst wieder raus, Tastatur. Danke. Geh ins Bett, geh ins Bett, geh ins Bett. Komm schon, beweg dich, Kind, beweg dich. Ach, Tastatur. Ach, so. So, dann machen wir jetzt ein Nickerchen, damit wir dieses Bett schon mal speichern können und das Bett dann unten wieder wegmachen können. So. Dann können wir nämlich mit der Küche weitermachen, solange die Zombies draußen noch ihr Unwesen treiben. Obwohl, ich kann auch gleich Beine nebeneinander schlagen. Das kann ich auch. Oh nein, ein Enderman. Ich kann gleich mal gucken, wie das denn oben aussieht, wenn ich da sowas hin tue. Und wenn ich... Ach nee, das reicht gar nicht. Und wenn ich schwarz Eichenhals nehme... Wie sieht das dann aus? Ihr habt die Befürchtung, dass das dann wiederum zu dunkel ist? Hm, ja, was gefällt euch denn besser? Das dunkle oder das helle Holz? Oder soll alles in Akazienholz sein? Sagt es mir. Ich habe keine Ahnung, aber ich... Ich glaube, ich würde... Würde ich das dunkle nehmen? Ich glaube, ich würde wirklich das dunkle nehmen. Warte, wie sieht das denn draußen aus? Mal schauen, ob ich irgendwo Küper sind. Ups. Ja, warte, ich sollte ein bisschen Platz dann schon noch lassen. Und den da oben anbringen. Hm, dunkel oder hell. Oh, ups. Das war der falsche Knopf. Äh, ich habe doch... Genau. Wenigstens funktioniert meine Tastatur. Und auch einwandfrei, ne? Äh, meine Tastatur, meine Maus. Das ist aber auch tragisch, wenn sie jetzt schon ihren Geist aufgeben würde. Nee, so zweit kann ich das benutzen. Das ist hässlich. Ich tendiere aber gerade es vielmehr, ähm, das dunkle zu nehmen. So, wie machen wir das jetzt? Hm, hm, hm. Ich würde... Ich würde... Ähm... Ups. So und so und so und so. Hör, lass mich durch. Ähm. Weil da gerade ein... Ja, da unten ist ein Creeper. Da unten, da hinten. So. Ja, doch, 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 doch. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, wenn es dunkel ist. Das sieht definitiv besser aus. Und dann würde ich hier so eine Stelzen reinhauen. Ich mache mit Absicht mal die Tür zu. Und dann, äh... Zack, 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 zack. Nee, warte. Nee, gar nicht. Ich muss Dings nehmen. Ich muss die Geist nehmen. Hä, das... Was, so gehen noch Zäune. Was habe ich denn? Hä? Ähm. Zäune gehen auch so. So gehen Dings Faltüren. Was? Habe ich was verpasst? Gab es ein Update, das es anders macht? Ich meine... Das ist ja dann ein Tor, genau. Das ist ein Schwarz-Eichenholz-Zauntor. Also muss das ein ganz... Vielleicht geht das auch einfach nicht, weil das wahrscheinlich Stöcke sind, die mit unterschiedlichen Holz-Dingens gemacht wurden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Und das hier ist nämlich Eichenholz. Und Eichenholz... Äh... Geht nicht. Nee. Ich probiere das mal aus. Mach mal... Ähm... Erstmal ein bisschen Platz. Das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein, das kann da rein. So. Und dann werde ich mal gucken. Nee. Okay, dann habe ich keine Ahnung. Hä? Äh... Warum geht das? Warum geht das nicht mehr? Moment. Warte, ich mache einmal so und ich mache einmal so. Äh... Ich weiß, wie man Zäune macht. Aber anscheinend weiß ich es doch nicht. Moment. Da muss ich mal... Mittendrin einfach mal schauen. So. Minecraft... Zaun. Äh... Zaun, genau. Halt dich bloß am Zaun.